Liebe Zuschauer, willkommen zu FRN aktuell und das sind die wichtigsten Nachrichten für Niedersachsen und Bremen im Überblick. Ohne ehrenamtliches Engagement sind soziale Herausforderungen nicht mehr zu meistern. Dieser Meinung ist Regierungschef Stefan Weil. Es sei wichtig, den Einsatz der vielen freiwillig aktiven Niedersachsen sichtbar zu machen und zu ehren, betonte der SPD-Politiker am Samstag zum Tag der Ehrenamtlichen. Freiwillige Arbeit sei nicht selbstverständlich, sie erhöhe jedoch die Lebensqualität und bereichere das Miteinander. Bundesweit nehme Niedersachsen einen Spitzenplatz ein. Rund 2,8 Millionen Niedersachsen engagieren sich ehrenamtlich. Zum Semesterstart versuchen viele Städte in Niedersachsen mit Begrüßungsgeschenken Studenten zu werben. Junge Leute werden in Osnabrück mit einer Geldprämie von 100 Euro in die Stadt gelockt. In Holzminden bekommen Studierende sogar für jedes Semester 100 Euro. Einzige Voraussetzung, die Studenten müssen in der Stadt ihren Hauptwohnsitz melden. Wenn sie ein Jahr lang dort gemeldet bleiben, bekommen sie das Geld. Wer zum Studienbeginn in Wolfsburg oder Wolfenbüttel gemeldet ist, bekommt einmalig 250 Euro, in Braunschweig locken 200 Euro und in Oldenburg immerhin 50 Euro. Diese Aktion zahlt sich für die Städte aus. Je mehr Einwohner mit Erstwohnsitz gemeldet sind, desto mehr Geld bekommen die Städte vom Land. Aber nicht alle finden dieses Vorgehen sinnvoll. Städte wie Lüneburg und Hildesheim locken mit Vergünstigungen und Infomaterial. Nach jahrelangem Rechtsstreit wegen der Überstunden von Polizisten bei den Kastoreinsätzen ist jetzt eine Einigung erzielt worden, das im Ministerium in Hannover vereinbarte mit der Gewerkschaft der Polizei, dass die Beamten, die damals Bereitschaftsdienst hatten, einen vollen Freizeitausgleich bekommen. Das Ministerium teilte mit, das außergewöhnliche Engagement der Polizeibeamten im Kastoreinsatz werde sehr geschätzt. Bislang sollten die Stunden nur zu einem Drittel oder einem Viertel angerechnet werden. Laut Medienberichten sind insgesamt mehrere 10.000 Überstunden aufgelaufen. Ein finanzieller Ausgleich sei nicht möglich. Anlässlich des Ausbaus der Offshore-Windenergie wird nun mehr Schutz für Wale gefordert. Das Bundesumweltministerium verlangt einen Schallschutz für die Schweinswale. Von der Windkraftlobby und den Ländern Hamburg, Niedersachsen und Bremen werde dieses Vorhaben blockiert. Das Ministerium habe sich gegen eine Veröffentlichung der Kompromisspapiere vor dem Bundestag entschieden. Zu groß sei der Widerstand der Stiftung Offshore und den Küstenbundländern. Greenpeace und andere Naturschützer bemängeln dieses Vorhaben. Es werde erneut hinter den Kulissen verhandelt, um Zugeständnisse zu erzwingen. Am Wochenende wurde der Windpark Saataland offiziell eröffnet. 24 Windräder sind im Saataländer Ostermoor errichtet worden. Das Konzept stellte von Beginn an eine Bürgerbeteiligung in den Fokus. Nun drehen sich elf Windräder für Eigentümer und 13 für die Bürger. Mit einer Kraftwerkleistung von 72 Megawatt können damit über 42.000 Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. Damit ist der Windpark Saataland eine der größten Anlagen auf dem niedersächsischen Festland. Nachdem der Landkreis Kloppenburg die Genehmigung zum Bau der Windräder erstellt hatte, wurde mit dem Wegebau begonnen. Nach Pfingsten 2012 begann der Windräderproduzent Enercon mit den Bodenverdichtungsarbeiten. Anfang Juni konnten die ersten Fundamente gesetzt werden. 800 bis 1000 Kubikmeter Beton wurden in jedem Fundament verarbeitet. Betrieben wird der Windpark Saataland von der Windenergie Ostermoor. Soweit die wichtigsten Nachrichten für Niedersachsen und Bremen im Überblick. Ihnen weiterhin gute Unterhaltung mit unserem Programm. Jetzt direkt im Anschluss gibt es noch das aktuelle Wetter und in wenigen Minuten folgt dann meine Sendung im Gespräch. Dort begrüße ich gleich einen prominenten Gast aus Niedersachsen und Bremen. Seien Sie gespannt, wer es heute ist. Das war FN Aktuell. Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann.